Ferdinand von Schirach hat eine Bewegung, eine Initiative gestartet unter dem Titel Jeder Mensch. Sie sind der Sprecher dieser Initiative in Österreich. Worum geht es? Es geht eben darum, die Europäische Union grundlegend zu verändern, aber zwar von unten eine Massenbewegung in den 27 Mitgliedstaaten zu starten, wo es darum geht, die großen Herausforderungen unseres Jahrzehnts in einen menschenrechtlichen Kontext zu stellen. Also zum Beispiel das Recht auf eine gesunde und lebenswerte Umwelt auch für zukünftige Generationen, das Recht auf digitale Selbstbestimmung, dass artifizielle Intelligenz nicht Missbrauch wird, dass auch Politiker und Amtsträger zur Wahrheit verpflichtet werden, so wie Zeugen zum Beispiel in einem Strafprozess, dass aber auch die Wirtschaft an Menschenrechte gebunden wird und dass ich die Möglichkeit habe zu überprüfen, dass mein Hemd oder T-Shirt auch wirklich auf menschenrechtskonforme Weise in wo immer Bangladesch oder so weiter hergestellt wurde und letztlich auch, dass ich all diese Rechte auch wirklich vor dem Gerichtshof der Europäischen Union einklagen kann, was derzeit leider noch nicht der Fall ist.